Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Runde... Ich wollte gerade auch schon wieder TPP gesagt haben... Feed the Beast Infinity Evolve, mit dabei der Street Digger 2! Hallo, ich bin gerade im Baum gefangen. Gut, und ich schau mal, wenn das was hier noch so im Wald ist. Und ich glaube, hier ist... Ah, hier ist ein Chuckloch. Chuckloch? Ja, da ist noch ein Spinnenbaum. Ja, cool. Komm schon, Portal Gun, Portal Gun, Portal Gun! Da war schon voll, verdammt. Oder voll trinken. Nix, da ja, keine... Nein, schon wieder Axt kaputt! Oh, Alter! Das kann doch nicht sein! Doch! Ich hab noch nicht mal mehr Koppel. Okay, dann soll ich doch mal runter. So, Spawner wird abgebaut und... Natürlich sind wir vorher noch gespawnt. Joa, klar! Und? Na dann jetzt schon wieder! Iridium! Geil! Du wolltest doch eh mit IC2 arbeiten, gell? Äh... Ich hab mal vorgab hier diesen... Ja, das soll nicht das Solarpanel zu machen. Ja, ja, gut. Er hat er schon gelootet. Ach man, ich brauch irgendwie... Cobblestone oder irgendwas anderes. Oh, ein Pferd, hallo! Was brauchst du denn? Ey, ich brauch nur ne Axt! Junge! Krieg ich den Baum hier nicht kaputt? Was ist das? Soll ich dir meine, das ist doch viel grad mal allein? Nee! Ach, guck mal hier! Da krieg ich was! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Was hast du? Die Ender. Ja. So, da hab ich doch... Boah, fuck! Ey! Was denn? Keine Bekaltsprache, verdammte Scheiße! Ja, ist... in Ordnung. So... Ach, wieder rauf auf den Baum! Alter, das geht mir ganz schön hier auf den... auf den... Zeiger! Mhm. Ey Klaus? Hm? Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum schon wieder? Ja. Ja. Du hast vielleicht ein Glück! Tja... Manche Leute werden damit geboren. Mhm. Und nochmal Iridium! Alter! Ich hab grad sechs Iridium im Winter! Ja, cool! Ist doch verkehrt! Ist da oben noch was? Ich glaub nicht, ne? Ach komm schon, das war noch nicht alles! Meine Nase will mehr! Hier ist doch irgendwas! Also es war wirklich ne wahnwitzige Idee hier, den Baum da mit einer normalen Axt da abzuholzen. Mhm. Abholzen zu wollen! Oh mein Gott! Die sind aber auch riesig! Avocado, komm! Hab ich schon zuhause! Armour Zombie! Oh oh, warte mal! Ne, das mach ich nicht! Soll ich ihn runter? Oh cool, der hat einen Trasher fallen lassen! Aha! Kennst du die denn nicht, oder? Trashers? Ja. Nö! Sind es da die Säckchen oder was, wo du bekommst? Ach so, ja doch, die kenn ich! Die kommen aus Witchery, oder? Ne, das ist von Kraft! Ach so! Ja, ok, gut! Bin ruhig! Hab' nichts gesagt! Trieb mich an diesen Setzlingen! Spinnenbaum! Ich komm nicht an den Setzlingen! Spinnenbaum! Alter! Mann wird's! Mal machen wir das ganze Holz hier einsammeln! Ich öffne mal! Da wurde es noch inspawnt! Hallo! Da komm ich nicht runter! Ach ja! Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön! Also in dem, in dem Föcher hier war schonmal ne Enderperde drin! Geil! Schon wieder! Also heute hab' ich echt verdammt Glück! Ja, ist doch super! Muss es auch mal geben im Leben! Ja! Weißt du, mal verlierst du, mal gewinnen die anderen! Muss es auch mal solche Tage geben! Oh mein Gott! Na dann jetzt schon wieder! Moment! Moment! Ich komme zu dir rauf! Ich komme zu dir rauf! Na! Na, die Kiste hier auch gut! Ich glaube schon! Das war jetzt schlau hier runter zu springen! Hast du dir weh gemacht? Ein bisschen! Okay! Okay! Aber ich glaube ich komme mit der Axt auch gut hin! Meine Güte! Sowas werde ich nie wieder machen! Dann lieber! Ja! Dann lieber! Irgendwie so 5, 6 Dunglewood! Großen! Da hinten ist auch noch einer! Und da komme ich ja dran! Alter! Das ist wirklich am Rande der Verzweiflung! Da ist ein Zombie! Ja, ja! Von meinem Baum! Da war ein Zombie! Ja! Ich habe es gehört! Warte mal! Du hast doch noch einen Iron-O-Baby-Wurst, ne? Äh! Möglich, ja! Ist bestimmt irgendwo in einer meiner Kisten! Weil ich habe auch noch einen! Dann könnte ich ihn bestimmt hier hinzuschmeißen! Ja! Behalten erstmal! Ich bin jetzt hier oben erstmal noch beschäftigt! He! Meine Güte! Ich glaube ich kann mal ein Stückchen weiter! Vielleicht finde ich ja noch was! Ja! Mach das! Dann treffen wir uns gleich wieder! Mhm! Wir sind auf jeden Fall noch ein paar dicke Pilze! Ich meine du rauchst ja gar nicht, oder? Nee, nee! Will ich auch nicht mit anfangen! Okay! Hast du schon mal? Nein! Okay! Sehr brav! Du bist ein Gude! Gerds, was suchst du denn? Hallo? Hi! Ähm! Okay! Ich helfe dir gleich beim Suchen, okay? Ja, ja! So ist das! Hm? 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 Ja, nee! Aber wie gesagt, die ganzen Arbeitskollegen, oder viele Arbeitskollegen von mir, die sind jetzt da umgestiegen auf die E-Singarette? Äh! Pfff! Da hat einer sich das Ding noch gepimpt, also da kannst du ja irgendwie Verdampfer reinbauen und was weiß ich was! Und da hat er extra mal noch so einen Hardcore-Akku dran gemacht, sag ich jetzt mal! Oh Gott! Ey! Okay! Also wenn der einmal einen Zug nimmt und dann ausbläst, die Jinger machen ja richtig schön Qualm, ne? Also ich bin ehrlich, ich hab gerade von den Teilen bisher gesehen. Äh! Das sieht aus wie so ein... Pfff! Soll ich denn sagen? So wie eine elektrische Zahnbürste, nur nicht ganz so lang und oben hast du dann eben so ein Knobbel dran, wo du eben dran ziehst. Okay! Und ähm, ja wie gesagt, ne? Wenn da jemand dran zieht und dann ausbläst, das gibt dann eine riesengroße Dampfwolke, weil das eben dann so Wasserdampf ist. Ja, okay! Ja! Ja! Ja, hier! Also wir haben jetzt echt, erst recht schätze ich mal keine Futterprobleme mehr. Okay! Ich hab noch einen Heuballen gefunden. Noch einen Heuballen? Ja, ja! Ja, cool! Also der E-Mann hat sich gegeben, also 40 Heuballen an meinen Beiß. Ja, ist doch nur schlecht. Ja! Ah, das ist... Ich hab jetzt schon die vierte Axt! Ne, aber wie gesagt, geraucht hab ich noch nie. Also und so eine Zigarette. Einzige, woran ich mal gezogen hatte... Ja! Okay, jetzt muss ich ein bisschen dem anderen zeigen. Ja! Saftige, grünen Hollands? Achso, ich ja! Okay! Ja! Sag mir ein bisschen was. Hm... Ne, das hab ich jetzt noch nicht probiert. Hallo, Block? Geh weg! Hatt ich noch eigentlich nicht vorgehabt, aber... Hat sich dann auf Teneriffa so angeboten. Hab ich gedacht, ja komm. Ah, auf Teneriffa, aha, okay. Jetzt weiß ich auch warum du im Urlaub warst. Ne, das war auch echt krass. Alter, ich hab hier... Ich hab hier... Lags ohne Ende. Klaus? Ja? Du... Also wir gehen quasi einmal über... ein größeres Biome und dann kommt der nächste Magical Forest. Pfff! Geil! Warte mal! Magical Forest! Ja, ich bin bei mir. Hahaha! Boah, ich glaub ich muss sie wieder hinlegen, ne? Ja, das wär nett wenn du das mal gerade machst. Äh, hier geht es nicht. Ich muss looten. Boah! Da ist... Da ist ne Wisp! Die können hier spawnen im Magical Forest? Ja. Okay. Ne gute oder ne schlechte? Ich weiß es gar nicht. Also ne böse meine ich. Eigentlich. Keine... keine schlechte. So. Wo war denn jetzt der Setzling noch? Achso, da. Wie viele Setzlinge hab ich jetzt? Ich hab jetzt 5. Und ich hab irgendwie äh... gefühlte 20.000 Äxte verbraucht. Eie, der Witka. Der Kapitän. Ich glaub der Server mag mich jetzt im Moment gar nicht. Ah, da war geil. Achso, du bist grad am erkunden, gell? Kann das sein? Ja. Ja, okay. Es ist klar, dass er ein bisschen leckt. Äh, das kann rein. Oh oh! Was ist? Es ist ne böse Wisp. Es ist ne böse Wisp. Die wollt mich eben äh... angreifen. Wollt ihr dich auch grade Bitzdingsen? Ja, Bitzdingsen genau. Aber die hat zum Glück vorbeigeschossen. Hat auch so einen Aim wie so einen Stormtrooper, ne? Oder die roten von Star Trek, die schießen auch immer vorbei. Ach ne, Quatsch. Die Stormtrooper schießen vorbei und die roten sterben trotzdem. Genau. So rum war das. Okay, also bisher bin ich von diesem Magical... Alter! Was denn? Noch ein Spinnenbaum? Nein. Ein ganz ganz dicker Berg. Berg? Ja. Okay. Alter, ich bin jetzt schon echt zwölf Minuten hier an dem scheiß Baum dran. Na, sehe ich was das hier von Biom ist. Achso, ich hatte es ja eben noch von E-Zigaretten, ne? Ja. Axt kaputt. Ein Canyon ist das. Canyon? Rent Canyon? Und da oben drauf ist ein Dorf. Und ich seh da schon die Mauern. Oh, oh. Aua. Also hier müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal hin. Okay, weißt du was? Dann lass ich jetzt den Baum mal Baum sein. Das ist ja eh nicht mehr besonders viel. Ich mach aber hier jetzt nochmal so eine Markierung hin. Ähm. Neu. Baum. Kaputt. Machen. Naja. Save. Off. Close. Gut. Wo bist du, ne? Ähm. Ich sag dir sofort die Koordinaten. Bei 100... Oh, 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 oh. Wo? 160 zu minus 2600. 160 plus oder minus? Plus 160 minus 2600. Minus 2000... Alter, wie weit bist denn du jetzt schon gelaufen? Ein Stückchen. Ja. Auf jeden Fall hier ist noch ein Medical Falls. Ich hab noch einer oder was? Ich hatte gerade richtig Angst gehabt. Weil ich hab ja eben schon ne Aura Note gesehen und da ist grad so ein Partikel raus. Warte mal. Das ist ne Aura Note. Von wieder? Ja. Und minus 2000 war das, gell? Ja. Okay. Oder können hier diese Aspect Orbs, ähm, können die hochspringen? Wie? Ja, dann ist das da irgendwie. Was? Was? Hä? Hier diese Aspect Orbs. Von, äh, wenn du mal so einen Lob tötest. Sonst fallen ja nicht nur XP aus. Ich glaub nicht, ne. Ja, der ist die ganze Zeit nicht mehrmals hochgesprungen. Geil. Boah, wie ich mich jedes Mal erschrecke, wenn ich so nach Scheiß Hungry Note sehe. Mhm. Ja, da kommst du auch nicht mehr weg. Mhm. Ähm, boah. Geh ich denn da jetzt so ein bisschen lang? Boah, weißt du, wie gut das ist, mal Infinity zu zocken ohne Pilz wie um? Ja. Also, ich würd's halt sagen, ähm, ich bin auch auf einem, ich hab noch einen eigenen Server, wo ich mit meinem Freund gerade Infinity zocke und da ist wirklich das größte Pilz wie um, was ich hier gesehen hab. Ja. Hast du ja Fotos gezeigt, ne? Ja, aber nicht nur offen, aber nur euch. Ja, ja, klar. Ich weiß. Ja, wer mir das halt direkt vom Server aus startet, ohne irgendwie noch, äh, einzutragen, dass es über Biome so plenty geht, dann gibt's eben ne normale Vanilla-Welt. Ja. Und dann halt wirklich richtig extrem viele Pilzbiome. Warum auch immer. Äh, äh. Ja, irgendwie, wenn da was mit dem World in der Wetterkarte zu sein, dann... Warte mal, Minus 2000? Minus 2600. Achso, 2600. Oh Gott. Ist aber ganz schön weit gelaufen. Oh, hier sind... Hier ist ein Baby-Wolf. Ne, das ist nur ein großer. Du bist klasse. Du bist klasse. Mann, ich möchte noch das Dorf erreichen, wenns geht. Vor Nacht. Und bevor die Folge zu Ende ist. Ah, hier sind aber auch... Bitte. Ne, hier sind keine Spinnenbäume. Schade. Oh, hier, das nächste Mal machen wir mal so eine Expedition nur mit Jetpack. Ah ja, ist doch wahr. Ich meine, wir sind hier tagelang am rumlaufen. Ah, ich seh's. Also auf der Minimap seh ich's mal. Gut. Ich glaub, dann komm schon mal gerade sowas entgegen. Ja. Oh, guck mal hier. Great Wood Boy, ich brauch einen. Bäh, Matsch. Hätten wir nicht beide so die Taschen so voll, würde ich dich jetzt eigentlich zusammenschlagen. Also ich hab noch ein bisschen Platz. Äh, alter. Alter sind wir weit gelaufen. 2000, ne, Minus. Ach. Warte mal, du bist bei... Ich komm da jetzt gerade wieder in... Also gerade bin ich sogar bei 110, Minus 2530. Ja, ich bin bei 300 schon wieder. Ich bin gerade in die falsche Richtung gelaufen. Ich vollhorst. Hab ich nichts bekommen. Lauscha! Ja, von diesen, äh, Wisch, äh, Würstschwurm da. Diesen dicken Pilzen da. Okay. Und, äh, ne, der muss... Bist du da auf dem Berg, oder? Nee, warte mal. Ich bin bei plus 289 und bewege mich grad auf die Minusachse 200, äh, äh, Minus 200. Ne, Minus 2100 zu. Ja, okay. Äh, dauert noch ein Stück. Ich hab zwar noch ein Forrest, äh, so ein Magical Forest gefunden, aber... Äh, äh, der Förderang hat ein bisschen, ja. Ja? Kann sein, weil ich grad eine neue Karte aufdecke. Ja. Ja. Ah, hier fehlt es wieder. Ich bin jetzt hier der Magical. Bin nicht. Geht auch nix. Magical. So, ich bin jetzt bei Minus 200, äh, 2220 Rom. Moment. X ist plus 226, ne? Moment, X... X plus 226. Z minus 2600. Ja, ja, genau. Da bin ich ja. Ja. Also bei, äh, X... Ne, bei Z. Ey, jetzt... Warum hab ich mich jetzt schon wieder gedreht? So rum muss ich... 200, äh, was war jetzt X noch mal? X plus 226. X plus 226. Okay. Ich hab schon geortet, wie wir relativ leicht zu dem Dorf raufkommen. Mhm. Gut. Machen wir halt mal ein bisschen Überlänge, mein Gott. Ja, ja. Ich möchte aber jetzt auch noch das Dorf sehen. Oh, hier fliegt ne Wissbom. Pass auf, die könnte, äh... Ja, ja, der könnte nicht sehen. Die ist jetzt weiter weg. Als bin ich an dem großen Berg. Oh? An dem normalen X-Team-Hills, oder? Äh, ja. Ja, jod. Bin auch am richtigen Weg, ja? Jo. Dann stelle ich mich jetzt einmal hier auf den Berg drauf, man sollst mich besser sehen können. Warte, was war das? Ach so, das ist gut. Das war hinten ein Fisch. Pfff. Ja, kennst du diesen gigantischen Handschuh? Ja. 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 Den hat er als Hut auf, oder was? Ja. Ah, geil. So, ich bin jetzt bei X-230, Z-2. Ich seh dich auf der Minimap. Ah, ich dich auch. Okay, super. Da hat er sich wahrscheinlich durchgebuddelt, aber auch nicht. Lass mich mal ganz kurz mürfen. Leck mich, Mann! Ich will mein Eis essen. Pfff. Ist doch ganz schön anstrengend hier. Wunderschöne Fassowelu. Bebe. Bin auch gleich bei dir. Ja. Hallo. Hier links. Ah, hi. Gut, können wir weiter? Ja. Gut. Geil. Ach ja, den Hut finde ich auch geil. Ja, und hier ist der Berg. Alter! Boah, ist das eine Mauer. Wie willst du denn da hochkommen? Hier rechts ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Soll können wir schon mal den ersten Tag vom Dorf erreichen. Aua. Sag Bescheid, wenn du einen Arzt brauchst. Ja, ja. Komm mir eh zu spät. Ja, was glaubst du denn? Denk dran jetzt hier in dem Dorf, als recht gar keine Villager vermöbeln. Pardon, Dirt. Ja, ja. Mach ich sowieso grundsätzlich nicht. Ja. So, das war eigentlich das Ende von der Folge, aber wir gucken uns jetzt noch das Dorf an. Ja, ich hoffe, wir müssen uns hier reinbuddeln. Ja, mach ruhig. So, aber schön wieder zumachen, ja? Alter! Das sieht geil aus. Aha. Boah, warte mal. Mach wieder zu hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Meine Fresse, das ist, also, das ist vielleicht mal. Guck dir mal die Häuser da an. Äh. Hammer. Kann ich schon? Nee, kann ich noch nicht. Aber eins hab ich dir jetzt gerade mal gesehen, da würd ich auch jetzt mal hin. Ja. Weil hier sind Seeds von Pamps und so weiter. Vielleicht sind wir Glück, was denn hier ist Soy? Was ist hier? Ach, guck mal hier. Rotarycraft. Äh. Äh, nicht Rotary, äh, Railcraft. Rotary, genau. Schön wär's. Achso, ich hab ja immer noch keine Axt. Nein. Komm, her. Mit. Danke. Coffee. Rein. Nein. Was hab ich da jetzt noch? Achso, okay. Äh, was kann ich denn da noch alles reinpacken? Potato. Nein. Nichts mehr. Okay, gut. Dann da noch? Das sieht schlecht aus. Nee, hier ist kein. Nee. Was ist hier nicht? Hier war kein, ähm, kein Soja. Ah, schade. Ich lege nicht mal gerade schlafen. Ja, mach das. Würde ich mitnehmen. Ja komm, nimm dich mit. Warte mal, vielleicht haben wir Glück und finden hier neue Wooden Crates. Aber stopp. Was für Dinger? Neue Wood Crates. Oh ja, das wäre nicht verkehrt. So, was haben wir da noch? Da ist nichts mehr. Okay. Den Clay würde ich eigentlich, äh, die Bricks würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Naja. Kann man ja irgendwann noch herstellen. Jo. Komm ich jetzt da hoch? Das frage ich mich auch gerade. Weißt du was? Mir ist das, glaub ich was, vielleicht hab ich ne Idee wie wir da raufkommen. Ah, ein Platsch. Super. Ja? Wie? Erzähl. Ähm. Einfach hier über die große Wand. Ja, da wollte ich ja irgendwie hoch, aber ich hab... Wie? Wie? Einfach hier über das. Ich bin hier, hier an der Seite bin ich drauf. Äh. Wo? Hier? Welche Seite? Da drüben oder was? Ja. Einfach hier ist ein kleiner Stück drüber und dann hier ist das ein Zweiersprung. Warte. Bum Skills. Und tap. Ja geil. Ha. Ja cool. Okay. Ah ja. Da kommen wir hoch. Jo. Sehr schön. Alter, das ist aber auch ein Dorf, das ist der Hammer. Also sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Ja. Aber mit diesem Blick, würd ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Jo. Ja. Hm. Genau. Hattest du auch gerade, oder? Was? Ich hatte ein dickes Standbild. Nö, ich nicht. Okay. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.